1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Tja ihr Lieben, wir sind ein bisschen zu früh und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian Willkommen beim 1Live Talk Radio Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Woche, die wie immer mit einer freien Themennacht anfängt. Und eine freie Themennacht heißt ja, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr wollt Wenn ihr über irgendetwas mit mir reden wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, plaudern wollt wie auch immer. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 oder 0800 220 50 51 Der erste Anrufer heute ist Lothar Hallo Lothar, 58 Jahre alt Hallo Domian, grüß dich Ja, hallo Ja, Domian, geht's vorweg wollte ich mal vorhin sagen, ich habe ein kleines Problem weil ich nämlich meine Stimme als Echo immer wieder höre und ich hoffe, wenn ich jetzt so ein bisschen stottern sollte, dass man mir das nicht übel nimmt, weil das ein bisschen störend wird Ich hoffe nicht, dass das in unserer Technik liegt, sondern an deiner Technik Ja, ich weiß nicht, vielleicht hängt Samy zusammen, aber ich hoffe, wir kommen irgendwie da zusammen Ja, fangen wir mal an, um was geht's denn? Ja, es sollte heute Abend ja das Thema Poltergeist da anstehen Ja, unter anderem Unter anderem, ja Weil wir Freitag dieses Thema hier ja hatten von einer Anruferin Ja, richtig Die seit zwölf Jahren einen Poltergeist im Schrank hat Ja, richtig Ja, also jetzt zu meinen Erlebnissen, die ich hatte und zwar hängen die da mit dem Tod meiner Mutter zusammen und da sind dann so einige merkwürdige Dinge passiert Unter anderem auch folgende Situation Es war am Tag der Beerdigung meiner Mutter Ich kam mit meiner Partnerin am Abend nach Hause Es war schon dunkel Wir öffneten die Tür und unmittelbar danach, wie ich die Türe schließe hörte ich ganz lautes Schlagen am Fenster Von außen? Bitte? Von außen? Ich denke, ja Ja Das konnte man nicht so klar Ich denke jetzt feststellen, ob das von außen oder innen war Jedenfalls, es wurde kräftig an dem Fenster vom Zimmer meiner Mutter geschlagen Und zwar so laut und so kräftig, dass ich im Moment geglaubt habe, die Scheibe könnte verspringen Meine Partnerin, die guckt mich erschreckt an und sagt, was ist da los? Um Gottes Willen Die stand da wie angewurzelt Ich bin dann ins Zimmer rein und habe nachgeschaut Jetzt muss man dazu sagen, dass die Wohnung im fünften Stock ist Und habe dann auf den Balkon geschaut, ob da irgendwelche Steine liegen oder ob da sich irgendwas befindet Wobei das doch schon interessant jetzt ist, dass die Wohnung im fünften Stock ist Ja, genau Sonst hätte man sofort gedacht, na da ist ja irgendjemand unten Wenn es eine Erdgeschosswohnung ist, hat dagegen geklopft Ja, richtig Also du hast dann rausgeguckt Ja Und da war nichts Es war nichts Und diese Schläge, die waren aber so gewaltig, um das nochmal zu sagen Dass ich mich gewundert habe, dass die Scheibe nicht fährt Wie lange hielten denn die Schläge an? Die kamen ganz dicht hintereinander, so in dieser Form wie tack, 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 so ungefähr Und wie lange? Fünf Minuten, zehn Minuten? Nee, nee, das waren nur wenige Sekunden Achso, das war dann direkt Das waren vielleicht fünf, sechs Schläge War das jetzt ein einmaliges Vorkommnis? Richtig, ja, das war einmalig Das heißt, nachdem ihr von der Beerdigung kamt, habt ihr das gehört? Richtig, genau Das ist ja dann immerhin noch, ich sag das mal beruhigend, im Gegensatz zur Geschichte am Freitag Wo sich das Ganze über zwölf Jahre hinzog Wenn es nur einmal war? Ja gut, aber gut, vielleicht kann man diese beiden Fälle nicht miteinander so direkt vergleichen Und du sagst, naja, das eine, das waren wenige Sekunden Das andere, das geht jetzt über zwölf Jahre Wann war das eigentlich? Das ist schon, das ist ungefähr jetzt 18 Jahre her Aber es hat mich aber über die ganzen Jahre immer beschäftigt Und seit ich deine Sendung sehe und verfolge, habe ich immer wieder mal gedacht Es wäre vielleicht gut, wenn ich dich mal anrufen könnte Und könnte mit dir darüber sprechen Denn vielleicht gibt es auch noch andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben Wo man sich vielleicht mal austauschen könnte Aber sowas hört man ja immer wieder mal Ich habe es in der Familie auch schon einige Mal gehört Ich selbst habe sowas noch nicht erlebt Dass gerade nach einem Todesfall solche Erscheinungen auftreten Wie immer die auch begründet sein mögen Aber ich halte es schon für möglich, dass es sowas gibt Wie das genau dann zu erklären ist, ist natürlich eine ganz andere Frage Ja, auch habe ich da noch einige Sachen erlebt Die mich dann immer wieder zum Nachdenken veranlasst haben Wo ich darüber nachgedacht habe, wie kann das passiert sein Vielleicht kann ich das noch kurz erwähnen Ja, ja Und zwar, also stell dir mal vor Dieser Tod von meiner Mutter Das war kein natürlicher Tod, wie man so allgemein sagt Und ich habe ihn unmittelbar auch erlebt Also ich war wenige Sekunden, nachdem das passiert war, war ich dann auch da Und dieser Tag, der war für mich grauenhaft Der war gewaltig Und die Kripo, die kam Und das war ganz schlimm Und ich war völlig aufgelöst Und dann am nächsten Tag überkam mich plötzlich eine unheimliche Ruhe Sodass ich mir gedacht habe, was ist bloß noch los Gestern ist deine Mutter gestorben und jetzt bist du so ruhig geworden Und gegen Abend bin ich einfach mal so in ihr Zimmer und habe so am Boden und auf dem Kopfkissen so nach Haaren geschaut Um irgendetwas von ihr, also um die aufzusammeln und sie aufzubewahren Und ich bin dann so rum, habe so rumgeschaut und habe auch einige Haare gefunden Und das dauerte so eine ganze Weile Und dann stand ich auf und wollte das Licht ausmachen, das Ausschalten Und was ich jetzt erzähle, das kann ich nur versuchen im Zeitraffer zu erklären, was da passiert ist Das ist natürlich ein Vorgang Du greifst vom Lichtschalter hin und das ist vielleicht eine Sekunde, wo das passiert ist, wo du das Licht ausgeschaltet hast Aber ich habe mir diesen Vorgang immer wieder vorgestellt Und zwar war dann folgendes passiert Ungefähr so in einem Abstand von vielleicht knapp 10 Zentimetern, würde ich heute mal sagen Spüre ich auf einmal Fibrieren an meiner Hand Und zwar das Fibrieren vom Strom Aber ich hatte den Schalter in diesem Moment noch nicht berührt Und zugleich spürte ich auch einen Widerstand zwischen meiner Hand und dem Schalter Und zwar war der so weich gewesen, dass ich ihn mühelos durchdringen konnte Also ich wurde nicht direkt abgehalten Aber ich habe gespürt, dass da ein Widerstand war Also kann es natürlich auch sein, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt Ich würde Folgendes jetzt vorschlagen Du hast gerade gesagt, du bist interessiert daran, wie oder ob andere Leute so etwas auch schon mal mitbekommen haben Wie sie es vielleicht auch einordnen, das ist ja auch interessant Oder wie sie es erklären Ich bin ein ganz guter Dinge, dass wir heute Abend noch einige Rückmeldungen kriegen Oder vielleicht auch morgen Du bleibst einfach bei uns am Radio, beim Fernseher Und hast ja Dinge, was da noch so kommt Sag mal noch eine Frage Ich wohne ja im Raum von München Wäre es eventuell denkbar, wenn andere diese Sendung mitverfolgen Und daran interessiert wären, über diese Geschehnisse zu sprechen Dass die auch ähnliche Dinge erlebt haben Dass man da vielleicht irgendwie Kontakt aufnehmen könnte Gut, dann mögen die Leute uns eine Mail schicken unter domian.wdr Und dann würden wir den Kontakt herstellen Okay Das wäre ganz toll Lothar, alles Gute Dann sage ich uns jemals für das Gespräch, Domian Alles klar, tschüss Tschüss 0800 220 50 50 Unsere Telefonnummer Wir haben nicht nur das Thema Poltergeister heute Aber wenn ihr dazu etwas sagen wollt Wobei, das muss ja auch nicht Das ist doch so ein blöder Begriff Poltergeister Das ist ja irgendwie so ein Ami-Begriff, glaube ich Also das sagen wir einfach über natürliche Erscheinungen Können wir das gerne machen Ansonsten können wir natürlich auch über jedes andere Thema sprechen Wenn ihr das hier gerne sprechen wollt Es geht jetzt weiter mit, frage ich meine Regie Mit Marie Marie ist 26 Jahre alt Guten Morgen Ja, hallo Hallo Marie Marie, dein Thema Ja, also es geht bei mir nicht um Poltergeist Ja Glaubst du an sowas? Das kommt auf die Situation drauf an Teilweise Teilweise Also kein klares Ja und kein klares Nein Also nach dem Motto Kann es vielleicht irgendwie sein Genau, weil ich habe halt jetzt Sagen wir mal so Nicht direkt was erlebt Und wird mir von daher nie das Urteil erlaubt Es gibt es oder gibt es nicht Also ich bin offen Ich fand es übrigens sehr lustig Am Freitag haben wir am Ende dieser Sendung sehr lange über dieses Phänomen gesprochen, dass ein Poltergeist in einem Kleiderschrank seit zwölf Jahren wohnt Ja, habe ich mitgekriegt Ja und ich komme nach Hause und schalte die ARD ein und da läuft genau der Film Poltergeist Ah, wenn das nicht irgendwie dann Wenn das nicht ein Zeichen ist Genau, wenn das nicht ein Zeichen ist Mir wurde auch ganz mulmig zu Hause Das stimmt So Marie, zu deinem Thema und zu dir Ja, also mein Thema, was ich ganz gern mal so erzählen wollte, war das Thema Abführmittel Und zwar Nimmst du Abführmittel? Ja Warum? Und zwar richtig exzessiv Ja Angefangen hat das Ganze vor ungefähr zehn Jahren Ja Und am Anfang war es noch ganz harmlos Immer mal wieder und auch die normale Dosis, wie es auf den Verpackungen steht Ja Und ja, das wurde halt schleichend immer mehr und immer mehr und irgendwann wurde es dann zur Sucht Wieso hast du überhaupt vor zehn Jahren damit angefangen? Das kam so, dass ich also erst eher magersüchtig war vom ganzen Verhalten her, also so gut wie nichts essen Ja Und dann ging es weiter, dass natürlich der Körper aber nach Essen verlangt Ich verstehe, also eine Essstörung lag dem Ganzen zugrunde Genau Und du hast dann gegessen und um das Essen irgendwie wieder schnell loszuwerden Hast du es nicht erbrochen? Wie das auch halt Das habe ich schon gemacht Ach, das auch Das auch noch Ja, genau Und dann war ich aber in einer Klinik zwischenzeitlich mal Aber nicht wegen dem Essproblem, das war was anderes Ja Hat aber eine Therapeutin, statt mal guten Morgen zu sagen War der erste Satz Na, haben wir wieder gekotzt? Oh Und das fand ich also überhaupt nicht toll Und dann habe ich Aber sie hatte recht Ja, sie hatte recht Eben, ich habe mich wirklich ertappt gefühlt Achso Und damit überhaupt nicht umgehen Und dann hast du das Erbrechen sein gelassen Genau Und hast dafür Apfelmittel genommen Genau Damit die Lebensmittel, die du gegessen hast, schnell aus deinem Körper wieder rauskamen Ganz genau Ja So fing es an Also parallel zu einer Erkrankung, zu einer seelischen Erkrankung Ja, genau Dann ist es ganz exzessiv geworden Vor zehn Jahren fing es an Was heißt ganz exzessiv? Wie viele Apfelmittel hast du dann in der schlimmsten Zeit konsumiert? Also die schlimmste Zeit sieht praktisch so aus, dass es manchmal täglich ist Manchmal jeden zweiten Tag Ja Und von der Menge her, also nicht mehr ein bis zwei Tabletten, wie es vielleicht sein sollte Sondern durchaus schon mal eine 200er Packung Das heißt, du leidest immer noch daran Ja Wir reden nicht in der Vergangenheit, sondern du nimmst die immer wieder Auch zur Zeit aktuell, gegenwärtig Genau Was heißt dann, wenn du diese Dosis auch nimmst, von der du gerade gesprochen hast Hast du deinen permanenten Durchfall? Genau Es ist also, ich sage immer dazu, Dusche von innen Klingt viel zu nett und harmlos Ja, ist es eigentlich Also wie ich, ja Seit zehn Jahren machst du das schon? Mhm Und das hält deinen Darm aus? Bis jetzt, ja Aber es wird halt jetzt so langsam machen sich die ersten, ja wie soll ich sagen Fehlfunktionen oder was auch immer halt bemerkbar Was sind das für Fehlfunktionen? Ja, also insofern, dass eben sobald ich es absetze, das Gewicht hoch geht Mhm Also durch Wassereinlagerung Ja Dann, wenn ich wieder was esse, das ist so gut wie nicht verdaut Ja Beziehungsweise halt sehr langsam Ja Dass aber Stuhlgang dann gar nicht mehr stattfindet, weil einfach der natürliche, wie man sagt, Druck oder Drang, wie auch immer, gar nicht mehr ausgelöst wird Also der Darm und die Funktionen des Darmes sind vollkommen degeneriert, kann man sagen Ja, ziemlich lang Nach zehn Jahren ist das ja auch kein Wunder Ja Hast du Schmerzen auch im, 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 im Darmbereich? Ähm, während ich die nehme oder während ich sie nicht nehme? Wenn du sie nimmst Während ich sie nehme, war es also so, wo das Ganze anfing, war das noch ganz extrem mit Schmerzen Mhm Sodass ich auch wirklich stundenlang, bevor es eigentlich losging, sag ich jetzt mal Mhm Also wirklich nur liegen konnte vor lauter Schmerzen Achso, bis sich das Ganze so aufgelöst Genau, bis ich dann endlich den erlösenden Gang hatte Mhm Und auch danach ging es dann noch ewig lang weiter Das heißt jetzt in diesen ganzen, das muss man sicher nochmal vor Augen halten, dass das zehn Jahre anhält Ja Äh, hast du in diesen zehn Jahren so gut wie kaum, was man so normalen Stuhlgang nennt? Gehabt Es war immer, immer gestört irgendwie Und jetzt ist es gänzlich gestört, wie du es gerade selbst erklärt hast Ja, genau Mhm Und ähm Wie viel wiegst du im Moment? Im Moment sind es jetzt 43 Kilo Bei einer Größe? Von 1,72 Mhm Sehr dünn Ja, liegt im Auge des Betrachters Ja, ja, ich weiß schon, dass die Essgestörten sich selbst immer Genau Immer fürchterlich dick finden, obwohl sie nur noch ein Knochengerüst manchmal sind Ja Ähm, hast du die Angst vor, vor ganz großen, schweren inneren Schäden und Erkrankungen? Habe ich Habe ich durchaus, aber die Illusionen, die man sich zurechtlegt, was einem das angeblich bringt Die hat man so verinnerlicht, dass einem die wichtiger werden Ähm, wie habe ich mir denn dein, 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 dein Essverhalten vorzustellen? Äh, also du erbrichst nicht mehr Genau Ja Äh, isst du denn, was man so normal nennt und wirfst dir dann die Tablette rein Oder isst du auch sehr, besonders viel? Ne, das ist also wieder dann eher Richtung Magersucht vom Verhalten Ah ja Ähm, esst sehr wenig Ähm, und auch nur noch Süßigkeiten Ach Was sich also daraus auch entwickelt hatte, also ich hatte, also bei uns daheim war das Thema Essen halt schon Strafe oder Belohnung, ne? Ja Und als ich auszog mit 18, ähm, war für mich das Erste zu genießen, ich muss nicht mehr essen Ah ja, also da sind die Ursachen zu finden Ja, so in etwa Wahrscheinlich tief verwurzelt und sehr verstrickt Ja Du sagst, du isst nur, oder hauptsächlich Süßigkeiten Ja, das hat sich also dadurch entwickelt, dass ich eben, solange ich es ausgehalten habe, nichts gegessen habe Mhm Und, ähm, wenn dann der Unterzucker kam, haben halt Süßigkeiten, sprich hauptsächlich Schokolade natürlich am besten geholfen Äh, aber ich hoffe mal, dass, dass ab und an doch noch irgendwas, was gesundes dabei ist Ne, gar nicht mehr Gar nichts mehr Ja Und da wird man nicht krank von? Doch, jetzt so langsam Ich denke mal, das liegt bei mir auch dran, ähm, weil ich halt noch relativ jung bin Also du nimmst, du nimmst nie Vitamine zu dir? Oder in Form von Tabletten? Ähm, manchmal Ja Aber da ich die ja auch selber zahlen muss Ja Ist mir das manchmal einfach nicht wert Wie lange hält das denn jetzt mit der Süßigkeitsphase schon an? Oh je Dass du fast nur Süße... Richtig fest ist das jetzt circa, ja, ein bisschen schwierig zu sagen, weil das ja so schleichend kommt Ja, so ungefähr Circa fünf Jahre Fünf Jahre? Da ist man nicht schwerstkrank, wenn man fünf Jahre fast nur Süßes isst? Ähm, nee Ja, offensichtlich nicht, wir reden ja ganz überraschend Also ich habe natürlich schon Mangelerscheinungen und, ähm... Du müsstest doch extrem anfällig sein für Infekte, du müsstest doch ständig Erkältungen haben, Grippen oder sowas Ne, gar nicht mal Hast du eine sehr gute Grundkonstitution Kein so, ja Also das Einzige, was halt auch ist, ich habe dadurch, ähm... Fehlen mir halt, sag ich mal, auch schon ein paar eigene Zähne Mhm Auch, also nicht nur durch die Süßigkeiten, weil ich habe ja auch einen extremen Waschzwang noch und so Also ich habe mir auch immer viel die Zähne geputzt, aber halt einfach durch die Mangelerscheinungen Wie sieht deine Haut aus? Ja, ich... Ganz viele kleine Pusteln So Marie, das finde ich alles sehr erschütternd, was du mir erzählst Und sehr, sehr beängstigend Das nehme ich selber nur so nicht wahr Ja, das heißt, du bist nicht in einer ärztlichen Behandlung Äh, bin ich, also sagen wir mal so, ich habe ambulante Therapie und auch eine ganz, äh, liebe Therapeutin, die ich auch sehr schätze Mhm Aber es kommt offensichtlich nicht viel bei rum Und nur mit Lieb... Was dieses Thema betrifft nicht Ja... Aber das liegt nicht an ihr, sondern ganz klar bei mir Ja... Muss ich auch wirklich so offen sagen Wann wirst du, wann gedenkst du, äh, wann wirst du sterben? Ähm... Lange geht's nicht mehr gut Möchtest du eigentlich dein 30. Leben zu erreichen? Eigentlich nicht Ach, du möchtest das auch gar nicht Nicht wirklich Du möchtest sterben Also das ist sehr ambivalent bei mir Dann möchte ich mal wieder leben, dann wieder nicht Aber so überwiegend ist es so, dass ich also mich lieber ausschalten würde Mhm Und, ähm... Warum magst du das Leben nicht? Das Leben an sich würde ich mögen Aber den Lebensinhalt, der ist es Und vor allen Dingen mich selber Mhm... Den Lebensinhalt könnte ich ja selber noch, äh, verändern Ich wollte gerade sagen, da kann man ja eine ganze Menge selbst dran tun Ja, das tue ich ja im Grunde Oder versuche ich ja Mhm... Ich versuche es ja zu ändern oder, oder irgendwie Aber der Hauptknackpunkt, der bin ich selber Ich kann mich selber absolut nicht ausstehen Aber auch daran könnte man ja etwas ändern Versuche ich auch, aber ich kann es nicht verinnerlichen Vom Kopf her Ist mir einiges klar Ja... Aber ich kann es einfach nicht verinnerlichen Ich bin ganz erschüttert, Marie Wirklich, wie du das geschildert hast Hört sich das für mich als Laie Der die Dinge so grob einordnen kann Dennoch grob einordnen kann Äh, wirklich Höchste Gefahrenstufe Höchste Gefahrenstufe Mir ist es nur wirklich, also nicht Ich nehme es so halt nicht wahr Weil ich mir immer sage Ich fühle mich ja eigentlich ganz gut Vor allen Dingen danach, wenn die ganze Prozedur vorbei ist Und ich in Anführungszeichen leer bin Ich finde, dass du ein Fall für eine Klinik bist Für einen wirklich langen Klinikaufenthalt Habe ich ja auch schon hinter mir Die hatten zwar damit nichts zu tun Aber eben, ich war zum Beispiel ein Jahr in der Psychiatrie Und da hatte ich dieses krasse Essproblem auch schon Ich bin gar nicht drauf eingegangen Ja gut, dann war es aber auch wirklich In wirklich falschen Händen Ja Ähm Ich möchte, dass jetzt meine Psychologe mit dir spricht Mhm Ich möchte auch sehr gerne dich darum bitten Dass du dich drauf einlässt Schwierig Ich merke schon Es kann ja nicht schaden Und du kannst auch im Gespräch gleich mit Elke sagen Okay, ich möchte nicht mehr Ich sage dir von meiner Seite aus Von meiner Laien-Seite aus Äh Wenn du noch ein bisschen Hoffnung hast Und Lebensfreude hast Dann tritt dich selbst in den Hintern Und tu etwas, Marie Und tu etwas Sonst bist du wirklich bald tot Sonst bist du bald tot Naja Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja, ist okay Sofort jetzt? Mhm Gut, dann machen wir das für Marie Gut, okay Meine Wünsche Und Ganz viel Kraft wünsche ich dir Die kann ich brauchen Das weiß ich Alles Gute Danke gleichfalls Dankeschön, tschüss Tschüss Dana, 28 Jahre alt Guten Morgen Ja, morgen Hallo Dana Hallo Deswegen hast du mich angerufen? Ähm, ich habe auch ein nicht so tolles Thema Ja, aber das zieht sich wohl durch deine Sendung gerade Es geht um den Tod Und auch, aber diesmal um meine Tochter Und nicht um mich Das heißt, du hattest ein Kind, das ist verstorben Ja Ja, wie alt ist das Kind geworden? Acht Monate Ja Was ist passiert? Ähm, mein Kind ist gestorben Ein Meningitis Das ist, glaube ich, besser bekannt Ein Gehirn Gehirnhaltentzündung Genau Ja Wann ist das passiert? Am 1. Januar diesen Jahres Ja Mhm Äh, wie hat sie, wie hat sie sich angesteckt? Wie ist es zu der Erkrankung gekommen? Das ist sehr schwierig bei dieser Krankheit wohl zu diagnostizieren, weil, ähm, dieser Erreger, so wie ich es verstanden habe, hat wohl jeder im Körper oder kann jeder haben und, ähm, da reicht ein Husten und irgendwann, wo wir Weihnachten wohl spazieren gegangen sind mit der Kleinen, ist das dann passiert Wie hat sich das bemerkbar gemacht am Anfang? Ähm, eigentlich gar nicht, ähm, mein Kind war, oder unser Kind war sehr fit und sehr videl und abends am 29.12. sind wir schlafen gegangen, weil sie sehr müde war Mhm Und, zwei Stunden später bin ich wach geworden, weil sie einen Fieberkrampf hatte Mhm Auch noch nicht dramatisch Wir haben trotzdem einen Notarzt gerufen und der hat sie dann auch in die Klinik gebracht Und, ähm, der Arzt meinte, nicht schlimm, ähm, am nächsten Tag wäre alles in Ordnung, das kann mal passieren bei kleinen Kindern Ja Und damit ist man dann ins Prinzip schlafen gegangen und am nächsten Morgen, als ich sie dann wach machte, beziehungsweise mein Mann und ich, war halt nichts in Ordnung Da war dann der 30. Ja Ja, und dann seid ihr wieder ins Krankenhaus? Nein, wir waren ja im Krankenhaus Ihr wart im Krankenhaus, ihr wart mit der Kleinen im Krankenhaus Ja, genau, wir sind nachts um 10 da angekommen Man hat sie auch da gelassen und, ähm, morgens hab ich sie versucht, ähm, zu wecken und, ähm, sie war halt sehr komisch und, ähm, hatte solche, man sagt, äh, medizinische Einblutungen, das ist jetzt schwer zu erklären, das sind so wie rote Punkte überall Mhm Und ich hatte erst gedacht, das wären so Hitzeprocken von Fieber und rief aber trotzdem nach der Ärztin, naja, und dann guckte die mich nur ganz entsetzt an und riss mir mein Kind aus dem Arm und dann ist sie eigentlich im Sofortsinn, haben die sie in ein Koma versetzt und, ja, ist sie dann nicht mehr aufgewacht Und am 1. Januar war es dann vorbei Das heißt, das Ganze ging alles rasend schnell irgendwie, innerhalb von zwei Tagen kann man sagen Ja, ganz schnell Was ja einen, 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 einen irren Schock verursachen muss Ähm, ja, am Anfang hat man das nicht registriert Ja, 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 ja Als das Kind dann in das künstliche Koma versetzt wurde, war denn da den Ärzten klar, was los ist? Hatte man es denn dann richtig diagnostiziert? Man wusste es in dem Moment, wo man sie morgens gesehen hat, ja Durch diese roten Flecken am Körper? Ja, das war dann wohl sofort klar, die haben zwar dann auch ein sehr großes Geheimnis drum gemacht und, naja, das ist wohl Medizinersprache, aber, ähm, es war im Nachhinein, man hat sich mit der Krankheit sehr beschäftigt und, ja Das heißt, dieses, dieses neue Jahr 2003 fing mit einem unvorstellbaren Unglück an Ja Für euch Ist es euer erstes Kind? Ja Und euer einziges, ja, euer einziges Kind Ja, auch Beides Jahr Ja Nun sind acht Monate vergangen Mhm Neun Monate vergangen Neun Ja Wie lebst du heute mit diesem Unglück? Ähm, manchmal glauben wir Gar nicht, weil, ähm, man, ähm, vergräbt sich in viel Arbeit und, ähm, ähm, mein Mann kommt, glaube ich, so gar nicht damit klar und, ähm, es ist, ähm, sehr schwer, weil, ähm, natürlich das Umfeld auf der einen Seite nicht weiß, wie sie mit uns umgehen sollen und, ähm, weil die unsicher sind Ja, natürlich, ja, natürlich, und, ähm, sie auch nicht wirklich helfen können, das ist Redest du mit deinem Freund, mit deinem Mann? Äh, ähm, nein 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 Nein, ab und zu, das sind aber nur so der Beginn von einem Gespräch und dann wird es aber abgebrochen, weil es einfach zu weh tut Hast du denn einen Menschen, du jetzt für dich, mit dem du oft darüber sprechen kannst? Anfänglich hatte man schon Leute, die zugehört haben und man hat es auch allen erzählt, ob die zuhören wollten oder nicht, ein vernomenslos zu werden, aber man hat so das Gefühl, die Leute wenden sich jetzt schon ab, es ist so, ja, die Schonfrist ist abgelaufen Ja, man hat vielleicht auch das Gefühl, den Leuten damit auf die Nerven zu gehen, weil man immer das selber erzählt Ja, genau Und dann fragen die Leute, wie geht es einem und dann sagt man drei oder viermal, mir geht es immer noch schlecht Ja Und dann schämt man sich schon fast zu sagen, es geht einem immer noch schlecht, ne? Genau Und vielleicht geht es einem in zwei, drei Jahren noch immer schlecht, was ja auch noch nachvollziehbar wäre Richtig, richtig, ne, wir haben jetzt ein bisschen Angst vor dem Freitag, weil da erst der Grabstein gesetzt wird Ja Und das lief ja schon so wahnsinnig viel schief bei der Beerdigung selber, oh Gott Was lief da schief? Der Sarg passte nicht rein Der Sarg passte nicht rein? Nein Das hatte man vorher, das heißt, die Beerdigungsgesellschaft stand dort, dass der Sarg sollte zur Erde gelassen werden und er passte nicht rein Richtig, richtig Gott, wie schrecklich Das, ähm, dieses gebuddelte Loch da war halt so klein und, ähm, dann haben die das versucht, das dreimal, ähm, ja, dreimal mussten sie ansetzen Und beim dritten Mal passte es denn und jetzt hat man natürlich Angst, dass beim Grabstein auch irgendwas schief ist Vielleicht der falsche Name drauf oder so Ja, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird Nein Man denkt natürlich so, dann Ja Gehst du oft zum Grab? Ähm, die ersten Monate war ich täglich und, ähm, über Stunden Ja Immer da und, ähm, ähm Wird es nicht mehr so oft? Gar nicht mehr Gar nicht mehr Warum nicht mehr? Ich weiß es nicht Tut es dir zu weh? Ähm, man hat immer gesagt, so eine Trauerheit, es gibt ja so ganz, ganz viele Bücher und da steht dann immer drin, am Anfang ist das der Schock und ich weiß nicht, ob das wehtut, aber ich hab so das Gefühl, es bringt mir einfach nichts Es ist, ähm, natürlich, es tut sehr weh und, ähm, der, ähm, man, man will auch, das klingt jetzt ganz schlimm, mein Mann, das ist auch immer schlimm, wenn ich das sage, aber ich möchte sie so gerne aus meinem Kopf raushaben Im Herzen würde ich sie ja schon behalten und da wird sie auch immer drinnen bleiben, aber aus dem Kopf, weil das Leben einfach nicht ertragbar ist, so Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es dann noch schwieriger, sie aus dem Kopf herauszubekommen, wenn man immer zu dem Grab geht Eben Ja Ja, das Schlimme ist, wir haben sie auf so einem Kinderfriedhof begraben lassen Es gibt ja einen Kinderfriedhof, das ist so blöd, das klingt sehr niedlich, aber es sind halt nur Kindergräber, weil wir uns gedacht haben, da gehört sie ja hin Was soll sie, wir haben zwar so eine Familie in Gruft, aber was soll sie da, da kennt sie keinen, das klingt ja ziemlich absurd, aber so haben wir halt gedacht, äh, und daneben ist ein Mädchen begraben, die ist an derselben Krankheit gestorben und das ist, ähm, man wird halt immer wieder konfrontiert Ja, ja, ich kann das auch verstehen, wenn du sagst, ich möchte da erstmal nicht hingehen Geht dein Mann genauso damit um, oder geht er öfter noch an das Grab? Mein Mann geht eigentlich gar nicht, er verbindet dieses Grab immer mit diesen zwei, drei Tagen, wo wir an der Intensivstation gestanden haben, weil für meinen Mann war es dann auch stimmt, weil sie war zwar am ersten Januar hirntot, nennt man das wohl, und, ähm, vom Gesetzgeber her müssen 48 Stunden lang die Maschinen anbleiben Und nach 48 Stunden werden die Maschinen ausgeschaltet und, ähm, und mein Mann war halt dabei, wo die Maschinen ausgeschaltet worden sind Und er hat immer gesagt, er sieht dann nur sie halt Verstehe, ja Nach diesem, ähm, wenn er an dieses Grab geht halt, ne Hast du die Sachen von ihr alle schon weggeräumt? Oder stehen die in der Wohnung noch? Ähm, ja, also ich hab die Sachen schon noch alle da Wir, ähm, hatten erst mal belegt, wir können das nicht wegräumen, das geht nicht Aber mittlerweile, sagen wir auch, es bringt halt einfach nichts Ähm, also, glauben wir zumindest Aber man weiß ja auch nicht, was man richtig und was man falsch macht Es gibt ja in dieser Situation kein richtig und kein falsch Ich hab so ein bisschen Eindruck, Anna, dass dir das Gespräch sehr schwerfällt, was wir führen gerade Ja Ist das so? Ja Das ist okay Ähm, sagt dir, der Begriff verweist der Eltern etwas? Ähm, ich glaube, das ist, ähm, glaube ich, so eine Internetpräsenz, oder? Ja, nee, das ist ein, eine, ein, ein, ein bundesweit gestricktes, äh, Netzwerk, fast schon von Selbsthilfegruppen, wo Eltern sich zusammenfinden, die aus welchen Gründen auch immer ihre Kinder verloren haben Und ich weiß aus Gesprächen hier mit Zuschauern und Zuhörern, dass das etwas, dass das eine sehr gute Einrichtung ist Dass viele Eltern, die in ihrer Trauer so isoliert waren und eben auch in der Familie isoliert sind, so wie du es auch beschilderst, dass du mit deinem Mann gar nicht sprechen kannst Dass die dort eine Gemeinschaft gefunden haben von Menschen, die das gleiche Leid und die gleichen Trauerphasen und die gleichen Tiefen und Höllen durchwandern wie man selbst Und dass das schon eine Hilfe darstellt Ich würde dir sehr gerne behilflich sein und dir eine solche Kontaktadresse oder Telefonnummer von den verwaisten Eltern in, in deiner, in eurer Umgebung, äh, gleich geben lassen Weil ich immer der Überzeugung bin, dass man in einer solchen schweren Notsituation, dass man, dass man sprechen muss Und wenn man das in der Familie nicht kann, dann muss man es außerhalb tun Und du sagst ja selbst, dass du dich gar nicht mehr traust, mit den Bekannten oder mit Verwandten zu sprechen Mit den Menschen der verwaisten Eltern kannst du sprechen, weil es denen genauso geht, wie es dir geht, ganz genauso Also ich kann es nicht gerne, ich nehme es gerne an, natürlich Ja, dann verfahren wir jetzt mal so, dass du auflegst und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an Und wird dir diese entsprechende Telefonnummer und Informationen übergeben Und ich möchte dir von meiner Seite aus mein tiefes Beileid ausdrücken Und, äh, dir einfach nur sehr, 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 sehr viel Kraft wünschen Ja, mehr kann man nicht, nicht wünschen im Moment Das ist wohl wahr Ja Mhm Dana, du legst bitte, du legst bitte auf und wir rufen dich dann gleich wieder an Okay Auf Wiederhören Danke So ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt Telefonnummer wie immer 0800 220 50 50 Faxnummer 0800 220 50 51 Oder E-Mail adresse domian at wdr.de Die Jule ist jetzt da Und die Jule ist 26 Guten Morgen, Domian Hallo, Jule Ich rufe an wegen dem Thema Poltergeist Aber bevor ich dazu was sage, möchte ich der Marie sagen Dass sie ihr Leben nicht so wegschmeißen soll Ich habe Ähnliches hinter mir und es ist das Dümmste, was man machen kann Ja, ich hoffe, dass ihr noch zuhört Ja, ich auch Es ist so schwer, jemanden dann zu erreichen, der schon so in sich gekapselt ist In einer solchen Sucht und in einer solchen Finsternis quasi schon lebt Ja, ich kenne das, aber ich habe Gott sei Dank jetzt einen Lebensinhalt Ich habe vier Kinder und bin verheiratet im gleichen Alter Und ich denke, dass sie sich auch irgendwie einen Inhalt schaffen sollte in ihrem Leben Weil so wie sich das anhört, ist sie ganz alleine Und hat nur sich alleine Und man lernt, sich selber gern zu haben über andere Menschen Ja, das ist ein guter Satz, das ist ja schön gesagt, ja, in der Tat Jule, um was geht es denn? Um Poltergeist Um die Poltergeist, ja, jetzt im Einzelnen Genau, also erstmal das Wort Poltergeist trifft da überhaupt nicht zu Weil Poltergeist wird mit dem Bösen assoziiert Stimmt, ja Diese Erlebnisse, gerade diese Dame, die am Freitag angerufen hat Ich habe sofort zum Hörer gegriffen, aber ich bin leider nicht durchgekommen Die soll um Gottes Willen keine Angst haben Ja Weil ich habe mit so einem Besucher sehr positive Erfahrungen gemacht Na, erzähl mal Also ich bin damals, ich war da, ja, so 19 Bin ich mit meinem damaligen Freund in eine neue Wohnung eingezogen Und es war schon sehr seltsam Also schon in der ersten Woche haben wir Polter in der Wand gehabt Und Geräusche in der Heizung Und war ganz witzig Am Anfang haben wir ja gesagt, das ist bestimmt, das sind Rohre in der Wand Und die Heizung ist alt Und als es aber nicht nachgelassen hat und das so ein bisschen gewandert ist Haben wir uns schlau gemacht beim Vermieter, sprich beim Hausmeister Und der hat uns dann genau gezeigt, wo in unserer Wohnung Rohre verlaufen Und seltsamerweise war genau die Wand, die befallen war, da waren keine Rohre Aha, und der Nachbar konnte es auch nicht sein Nein, von der Seite war kein Nachbar da Achso, achso Und es, also am Anfang hatte ich schon Angst, muss ich zugeben Also es war schon eine sehr seltsame Situation Und irgendwann, mir ging es genauso wie der Dame Irgendwann war es mir zu viel Aber sehr viel schneller als bei ihr Also zwölf Jahre hätte ich sicher nicht gewartet Und ich habe gegen die Wand geschlagen Aha Und er hat Ruhe gegeben Also beschreib mir das Geräusch, was du in der Wand gehört hast Ein Klopfen, ein Kratzen Ja, also direkt in der Wand, das war so geklopft Das hat sich angehört, als ob jemand mit den Fingerknöcheln auf die Wand klopft Ja Das war ganz ganz, eigentlich nicht laut Das war eigentlich ganz leise Und die Heizung, die da in diesem Haus drin war Die hatte so Lamellen, die nach unten gestanden sind Wie so Dächchen Und das war, ich habe dann irgendwann angefangen zu antworten Ich habe also dagegen geklopft Ich habe gemerkt, es hört auf und habe das praktiziert jeden Tag Zu welcher Zeit hat das denn bei euch geklopft? Das hat nachts irgendwann, wenn es dunkel war, hat es angefangen Also vorwiegend nachts zwölf Ja, ich meine, das ist ja dann auch schon immer ein mutiges Unterfangen Dann aufzustehen, an die Wand zu gehen und zurückzuklopfen Ja, aber es nervt, man kann nicht schlafen Und wenn man arbeitet Hey Geist, du nervst, ich muss schlafen Ja, so in etwa Also du warst mit deinem Freund in der Wohnung Du warst nicht ganz alleine, dann geht es ja noch Ja, genau Kann es kein Tier gewesen sein? Nein Tiere sind auch ruhig dann? Definitiv nicht Kein Waschbär, keine Ratte, kein Vogel Nein, gar nichts in der Richtung Wir haben auf dem zweiten Stock gewohnt Also es wäre schon sehr seltsam, wenn da irgendwie ein Tier von außen gekommen wäre Er gibt alles Und es war dann auch so, es war ein ganz netter Abend Wir hatten einen Besuch Und der hat uns sehr oft besucht und an diesem Abend haben wir einiges getrunken Und ich habe ein loses Montag Also ich erzähle gerne, was mir widerfährt Und wir haben die Geschichte erzählt und er hat sich furchtbar drüber lustig gemacht Und hat uns ausgelacht und als irre beschimpft Und er fand es sehr amüsant Und er hat die Nacht bei uns geschlafen Und wir sind dann irgendwann ins Bett gegangen Und es ging keine halbe Stunde Da hat es neben seinem Kopf in der Wand einen Schlag gemacht Als würde jemand mit einem Vorschlaghammer durchbrechen wollen Und da war er eines Besseren belehrt Er stand auf, also er sprang auf Käseweiß hat sich geweigert zu schlafen Hat die Nacht über sitzend im Sessel verbracht Eine Nacht der anderen geraucht Und der hatte den Fernseher angemacht Und so laut, dass man wirklich Also es war Hölle für uns, weil wir wollten ja schlafen Und am nächsten Morgen ist er aus der Wohnung Und er kam nie wieder Er hat uns nie wieder besucht So, jetzt aber zu dir Du hast also zurückgeklopft und dann war erstmal Ruhe War denn Gänze nicht da eine Ruhe? Oder musstest du immer zurückklopfen erstmal? Genau, wir haben kommuniziert Es gab da einen Vorfall, da habe ich es vergessen Oder besser gesagt, ich habe es ignoriert Ich hatte einen scheiß Tag auf Deutsch Und habe mich ins Bett gelegt Und wollte eigentlich nur schlafen Und dann hat sich das angehört Als ob jemand mit einem Stück Holz diese Heizung hochfährt So richtig so rutscht Da stand ich dann auch Also es war schon ziemlich laut Und solche Sachen kamen halt vor Wenn ich nicht geantwortet habe Und irgendwann habe ich angefangen mich zu unterhalten Wenn ich alleine war Ich habe mit ihm geredet Also richtig sprachlich unterhalten Ja, ich habe kein Feedback gekriegt Aber ich habe selber mit ihm geredet Und es war eigentlich so Ich hatte nie ein schlechtes Gefühl irgendwie Aber wie mutig ein Mensch Wenn man schon davon ausgeht Und das war ja der Fall bei dir Ja Dass es keine normale Ursache hat Also kein Tier Oder keine 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 Irritischen Ursachen hat Das heißt Du gingst davon aus Dass es irgendwas Übernatürliches Ja Und sich dann da cool hinzusetzen Und zu sagen Und sich mit dem zu unterhalten Ist auch schon eine Leistung Ich bin einfach der Meinung Er hat mir ja keinen Schaden zugefügt Ja, der wollte sich nur bemerkbar machen Ja genau Er hat sich nur bemerkbar gemacht Hat denn das Reden was genutzt? Ja, ich glaube schon Also Ist er irgendwann abgezogen? Ich bin ein Mensch Ich habe Ängste Ich habe Angstzustände Ja Und wenn ich alleine bin Ist es ganz schlimm Und in dieser Zeit Wo ich diesen Besucher hatte Da hatte ich überhaupt keine Angst Ist denn der Besucher irgendwann gegangen? Ja, das ist das Problem Also Irgendwann war mit meinem damaligen Freund Schluss Und ich bin wieder nach Hause Da ist er mitgekommen Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt Und wir sind dreimal umgezogen Zweimal ist er mitgekommen Und jetzt sind wir letztes Jahr In ein Haus eingezogen Und er ist nicht mitgekommen Das klingt ja Das klingt ja fast schon so Als wärst du traurig, Drogen Ja, bin ich sogar sehr drüber Julia sucht ihr einen Geist Geist, geh wieder zu Julia Juliane Juliane Jule, ja Jule, genau Jule ist mein Spitzname Ja, genau Es ist einfach so Ich habe die Erfahrung gemacht Wo er bei uns war Wir hatten am Anfang sehr viele Freunde In Anführungsstrichen Und die Leute Die uns eigentlich nichts gebracht haben Sondern immer nur genommen haben Die haben sich nicht wohl gefühlt bei uns Die kamen Dann mit der Zeit Da kam davon keiner mehr Und es hat sich so richtig rauskristallisiert Wer unsere wirklichen Freunde sind Und jetzt sind wir den Angriffen Wieder so richtig ausgegangen Achso, du hast sogar den Eindruck Dass dieser Geist So ein bisschen auch ein Schutzgeist war Genau Gut, also aus deiner Geschichte kann man lernen Falls einem so etwas widerfährt Sollte man nicht mit angstverzahltem Gesicht rauslaufen In den Keller laufen Sondern einfach mal ansprechen Ja, irgendwie damit Wie hast du den genannt? Hast du gesagt, hey Geist? Oder was hast du gesagt? Ich habe ihm keinen Namen gegeben Ich habe einfach so mit ihm geredet Hallo du Für mich war klar, es ist ein Ehr Weil der hat so auf mich angesprochen Achso Sondern einfach Wenn es anfängt zu klopfen Aufstehen Ein bisschen zurückkloppen Dann geht es wohl Das war ein guter Tipp Ich danke dir sehr herzlich dafür Und bin gespannt Was wir heute oder morgen Zu diesem Thema noch hören Alles klar Jule, alles Gute Danke, ciao Tschüss Monika, 28 Jahre alt Guten Morgen Hallo Monika Ja, hallo Hallo Ganz erstaunt Dass sie dran ist Und zwar Ich habe ein riesengroßes Problem Ich bin jetzt vor 14 Tagen Von Urlaub zurückgekommen Ich war mit meinen beiden Kindern Drei Wochen weg Ja Und vier Tage nach Dem ich hier wieder zurück war Er sagt mir Mein Lebensgefährter Dass er uns verlassen möchte Ist das auch der Vater der Kinder? Von der jüngsten Ja Die anderthalb Jahre alt ist Ja Wie viele Kinder habt ihr? Zwei Zwei Und Ja Dann kriege ich so Von ihm Einfach so krass gesagt Also dass er keine Verantwortung mehr tragen möchte Über uns Ohne dass du vorher irgendwie eine Ahnung hattest Dass da irgendwas Ohne dass ich überhaupt eine Ahnung hatte Nein Warum will er gehen? Ja weil er sagt Also er möchte keine Verantwortung mehr tragen Er will sein Leben leben Er will Freiheit Aber offensichtlich Liebt er dich dann auch nicht mehr? Äh Also das was ich also Noch Seit vor meinem Urlaub gesehen habe Eigentlich nein Nein Was hast du denn gesehen vor deinem Urlaub? Ähm Ja also er hat mich also Er hat mich also Er hat mich abgelehnt Mhm Also im sexuellen meinst du? Auch ja Ja Wie Wie sonst noch? Ähm ja jetzt wo er uns am Flughafen abgeholt hatte Ähm Dann hat er meine große Tochter Ähm Umarmt Ähm Und der Kleine Die Kleine hat ja so gestreichelt Die war am Schlafen im Buggy Ja Und äh ja Und ich bin dann zu ihm hingegangen Weil er kam dann nicht so zu mir Ähm Ja Und hat mich um seinen Hals Also Also Ihm umarmt Ähm Beziehungsweise Ähm Wollte ich ihn küssen Und ja Und da war der total kalt zu mir Er hat mich nicht also umarmt Oder Das sind natürlich so Hinweise Das ist das einiges Aber Wie lange seid ihr zusammen? Äh Siebeneinhalb Jahre Und davon leben wir viereinhalb Jahre zusammen Ähm Wenn du jetzt so Zurückdenkst Die letzten Monate Oder vielleicht sogar die letzten Jahre Ähm Kommen dir da so So Signale Die du vielleicht nicht richtig verstanden hast Ähm Aber die dir jetzt klar sind? Ja also Sie hatten schon Also Einige Probleme Aber ähm Okay also Zum Beispiel Sie hatten finanzielle Probleme Ähm Ähm Wo ich eigentlich alleine zahlen durfte Das meiste Ähm Dann also Seit vier Jahren Habe ich mit seinen Eltern Keinen Kontakt mehr Weil sie mich absolut nicht mögen Ja Ähm Ja und dann eben halt Ähm Äh Selbst wir die gemeinsame Tochter haben Die sie 18 Monate alt ist äh Äh Er kümmert sich also So gut wie gar nicht um sie Mhm Es gibt Tage Er sieht die nicht Es gibt Tage also Wenn überhaupt Zehn Minuten Was ja auch sehr merkwürdig ist Das ist sein Kind Ja Und äh Also kann man eigentlich sagen Ja und dann habe ich ihn aber angerufen Äh Bitte Liebst du diesen Mann noch Ja Ich liebe ihn über alles Das heißt für dich ist das jetzt eine ganz große Katastrophe Ganz genau Mhm Und da er das auch so genau weiß Äh Dass ich ihn wirklich also über alles liebe Ähm Nützt er das auch Ganz gemein aus Inwiefern? Inwiefern also Ich habe ihn zwar gebetet Also äh Und Noch mal eine Chance zu geben Er sagt also nein Äh Er redet aber ähm Ganz normal mit mir Mhm Und ähm Heute zum Beispiel Also beziehungsweise gestern Nachmittag Ähm Hat er also Ähm Dreimal zu mir ähm Maus gesagt Und Schatz Und wenn ich ihn frage Warum er mich denn so nennt Dann sagt er Ach das ist Gewohnheit Ja Also das deutet auf ein eher unsensibles Verhalten seinerseits hin Dass er es für sich alles entschieden hat Und plappert das noch so raus Ohne dass er seinen Hintergrund hat Und ohne dass er darüber nachdenkt Was diese Kosenamen bei dir auslösen Mhm Richtig Mhm Richtig Äh Aber du hast Schon den Eindruck Dass er für sich entschieden ist Dass da nichts mehr zu machen ist Nein Also ich Ich weiß Also das ist dumm von mir Aber ich Seit Sonntag letzte Woche Also ähm Also die zwei Tage Die ja letzte Woche nicht hier war Ähm Jeden Tag also äh Pflege ich ihn an Also der sonst eine Chance geben soll Weil das für mich einfach also äh Du darfst natürlich auch keinen Fehler machen Monika Du darfst das Du darfst jetzt nicht klammern Mhm Und du darfst nicht betteln Ja Du wirst so klein Und noch Viel unattraktiver für ihn Als du es vielleicht ohnehin schon bist Mhm Du musst jetzt schon eine Haltung bewahren Unter einem gewissen Stolz Du sollst auch um deine Um die Beziehung äh Kämpfen Was immer das auch heißen mag Aber Vorsicht Ich hab fast den Eindruck Du machst Einen großen Fehler im Moment Mhm Ähm Die Frage ist wirklich Ich meine du hast wahrscheinlich die Hoffnung Aber die Frage ist Was ist bei ihm noch da Aber wenn Das ist die große Frage Und wenn da noch was ist Ist er bereit Dafür etwas zu unternehmen Nein 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 Dann musst du ihm gehen lassen Monika Mhm Dann lass ihn erst mal gehen Ich weiß nicht wie ich kann Das weiter Machen soll alles Also Geht es auch um finanzielle Dinge Nee Nicht direkt Aber Alleine schon Dass ich ihn so liebe Mhm Ähm Unsere gemeinsame Tochter Ja Aber man kann So bitter das auch immer ist Für die Betroffenen Man kann natürlich niemanden mit Gewalt zurückhalten Nein Natürlich nicht Und je mehr man zerrt Umso größer ist die Gegenwehr von der anderen Seite Mhm Ähm Und wir wissen ja überhaupt nicht was da los ist bei ihm Wir wissen nicht ob da eine andere Frau ist Wir wissen nicht warum Nimmt der das Kind nicht an Sein eigenes Kind Das ist ja Das sind ja ganz viele Rätsel Äh Die du mir gerade erzählt hast Ja Warum Warum Äh Ich würde Ich würde wirklich an der Stelle so bitter Und so schwer das auch ist Und so schmerzhaft das ist Äh Jetzt sagen okay Wenn du das so siehst Ich würde Sag ihm das Das weiß er auch Aufgrund dessen was du gerade erzählt hast Dass er das nicht tut Er würde ja auch nie mit dir zu einer Zu einer Paarberatung gehen Zu einer psychologischen Beratung Nein Ich habe ihm auch gesagt Also dass er vielleicht eine Therapie machen sollte Aber dann hat er gesagt Nein Also eher auf gar keinen Fall Ich würde Ich würde dir allerdings raten Monika Wenn du So große Probleme damit hast Und wenn du keine Ansprechpartner hast Die dir ein bisschen Helfen Und dich unterstützen Dass du dir eine Eine Hilfe von außen suchst Dass du zu einer Beratungsstelle gehst Mhm Damit dich das nicht zu sehr umhaut Und du hast ja eine Art Verantwortung zu tragen Für die Kinder Und du musst dir deinen Alltag Und dein Leben Musst du ja weiterführen können Ja Und die erste Zeit Ist natürlich dann immer Die allerschlimmste Zeit Dass du stabil genug dafür bist Ja Aber klammer dich nicht zu sehr An diesen Mann Okay Das sagt jetzt so Der Kopf Ich weiß Dein Herz Tickt ganz anders Aber man muss immer wieder Den Kopf gegen das Herz halten In solchen Situationen Sonst geht das Herz mit einem durch Und man macht Ganz viele Fehler Ja Möchtest du denn Mit meiner Psychologin Auch noch mal ein paar Worte sprechen Das wäre ganz gut Gut Dann machen wir es Wenn es möglich wäre Ja Dann nimmst du auf Und die Elke ruft dich gleich nochmal an Alles klar Alles Gute Vielen Dank Tschüss Tschüss Heute ist der Frauentag Hier bei mir Ich hatte erst einen Mann Ist so Ja Jetzt kommt nämlich wieder eine Frau Eine junge Frau 24 Jahre alt Und sie heißt Alexandra Hallo 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 Alexandra Ja Ja also Ich habe auch ein Problem Ja Und es geht darum Ich bin krank Ja Was hast du für eine Krankheit Ich habe ein gutartigen Tumor am Darm gehabt Der wurde entfernt Ja Dann Darf ich mal kurz zu fragen Und auch immer Ja Und haben festgestellt In Ordnung sind wir nicht Ja ich meine ich habe den das eigentlich auch geglaubt Weil der hat mir das offene Röntgenbild irgendwas gezeigt Ich meine gut Ich habe nur das Steißbein Also die Knochen gesehen Und der meint eben Ja da ist da so eine kleine Lücke Und da muss es gebrochen sein Und ja Für mich war die Sache dann erstmal erledigt So über diesen extrem seltsamen Zufall Dank des Katzenspielzeuges Ja Es ist herausgekommen Dass du mit deinen 24 Jahren Darmtumor hast Ja Ein gutartigen Ein gutartigen ja Und der ist dann entfernt worden Der ist entfernt worden Ja Dann habe ich fast drei Wochen auf das Also ich habe ja erstmal fast drei Wochen auf das Ergebnis gewartet Weil die ja erst gedacht haben Die Ärzte ist es bösartig Ja So Und dann nach knapp drei Wochen kam dann der Oberarzt zu mir Hat mich in den Arm genommen und hat gesagt Er ist gutartig So Und hat gemeint Gut jetzt ist alles in Ordnung Und ja Das war es eigentlich dann erstmal Aber es ist doch irgendwas nicht alles in Ordnung Nein Also das war die erste OP Ja Inzwischen habe ich jetzt zehn OPs hinter mir Darmoperationen? Ja Habe auch jetzt einen künstlichen Darmausgang bekommen Weil also alles nicht so gelaufen ist Wie die Ärzte das wollten Oder wie sie es zu mir gesagt haben Weil sich da wo dieser kleine Tumor war Weil das alles entzündet war Absässer haben sich dann gebildet Ja Die wurden dann jedes Mal entfernt Dann ist das aber immer weiter gewandert Und dann haben sich noch Fisteln gebildet Und also eigentlich alles was man irgendwie kriegen konnte Habe ich dann bekommen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Und zehnmal am Darm schon operiert Zehnmal, ja Und einen künstlichen Darmausgang gelegt worden Ja, das ist im Februar diesen Jahres gewesen Und Ist dann so bis jetzt alles jetzt wirklich nun gut gelaufen? Nicht wirklich Weil im Februar war ja nun die OP Und dann hat man zu mir gesagt Dass eben das erstmal der Darm sich beruhigen muss Dass alles abheilen muss Ja Und dann kann man nach drei Monaten Den künstlichen Darmausgang wieder zurückverlangen Ja, ja Und diese drei Monate wären im Juni umgewehrt Mhm Und ich habe meinen künstlichen Darmausgang heute noch Warum? Warum? Weil sich das immer wieder entzündet hat Immer wieder diese Fisteln aufgetreten sind Also Fisteln sind ja solche Gänge Die eben durch den Darm gehen Und Besteht denn die Chance, dass Ich sage jetzt mal Willkürlich eine Zahl Das vielleicht in drei, vier Monaten Wieder der Das wieder zurückverlegt werden kann Also so wie es aussieht nicht Weil Wo ich jetzt das letzte Mal Vor knapp drei Wochen im Krankenhaus war Eigentlich Nur Zum Gucken, wie es aussieht Wurde mir gesagt Dass mein Schließmuskel nicht mehr vorhanden ist Wie bitte? Ja, also Bei irgendeiner OP Also wahrscheinlich Muss ja bei der letzten gewesen sein Wo mir der Künstliche Darmausgang gelegt wurde Ja Wurde ja auch gleichzeitig am Darm Noch was gemacht Eben eine Fistel entfernt Und so Und da müssen die Ärzte Wahrscheinlich den Mit entfernt haben Also ich wusste es bis da Aber das ist ja unglaublich Ja, es stand auch In keinem Entlassungsbericht drin Es wusste keiner Es wusste Also Hast du dich denn jetzt kundig gemacht Und bist nochmal zu einem anderen Spezialisten gegangen Dass der das genau untersuchen soll Und bist dir der Sache ein bisschen nachgegangen? Ja, ich versuche es Und das bedeutet Es ist eben das Problem Man braucht einen Spezialarzt Oder Spezialisten eben Ja Der so eine Untersuchung macht Wo geguckt wird Ob man den Ob noch ein kleiner Geringer Teil Vorhanden ist Von den Schließmuskeln Und ob man Den irgendwie künstlich Wieder aufbauen kann Ja Das heißt also Es kann also jetzt passiert sein Dass man dir bei der Operation Ohne dass du das weißt Ja Ohne dass du dein Einverständnis erklärt hast Ja Dass man dir den Schließmuskel wegoperiert hat Ja Und um noch einen draufzusetzen Man hat es dir nicht mal gesagt hinterher Nein Also ich habe ja dann Ich habe ja dann auch Nachdem ich das erfahren habe Also versucht mit dem Krankenhaus Irgendwie Kontakt aufzunehmen Das ging aber nicht Weil die Ärzte sich verleugnen lassen haben Dann habe ich mich an meine Krankenkasse gewendet Da gibt es ja so Ein Wie nennt sich das So eine Rechtsabteilung Ja Die sich um solche Fälle kümmert Ja Die haben versucht eben Da irgendwie ranzukommen Und die Rücken einfach Die brauchen Wir brauchen ja die OP-Unterlagen Weil ja in den anderen Sachen steht ja nichts davon drin Ja Es kann ja theoretisch nur in den OP-Unterlagen stehen Das heißt die Rücken gehen nicht raus Und die Rücken gehen nicht raus Das heißt du bist wirklich so gebeutelt Einmal durch diese Krankheit Ja Und jetzt auch noch wahrscheinlich Durch einen Arzt-Operationsfehler Kann man so sagen Dadurch ich habe ja auch meine Arbeit verloren Ich habe jetzt erst mal Rente Weil ich nicht arbeitsfähig bin Weil ich also immer noch Schmerzen habe Und auch in einer Schmerzambulanz bin Wo ich mit Morphiumflastern erstmal über die Runden gebracht werde Solange sie eben nicht feststeht Was gemacht werden kann Alexander jetzt muss ich unterbrechen Weil die Sendung gleich vorbei ist Ich möchte aber das für dich gleich nochmal anrufen Können Um dir noch ein paar Tipps zu geben Vielleicht auch Dass du an einen guten Rechtsanwalt kommst Der dir da zur Seite steht Denn das ist natürlich ein irres Ding Wenn man sich dann mit einem solchen Krankenhaus anlegt Da muss man schon gut gewappnet sein Und vor allen Dingen jemand der nicht viel Geld hat Ist es noch besonders schwer Ja So Du legst auf Wir rufen dich gleich nochmal an Ja Okay Und ich wollte mal fragen Ob ich mit deiner Psychologe nochmal reden kann Das sowieso Die ruft dich gleich zurück Okay Okay tschüss Jo Schönen Dank Tschüss So ihr Lieben das war es für heute Michael Jansen war in der Technik Wir sind morgen wieder da 1 Uhr Radio 1 live Und 1 Uhr wieder auf Fernsehen Auch mit einer freien Themennacht Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht Ciao Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht